Willkommen bei den FIGA Tool Services. Die Vollständigkeitsprüfung der VTS-App empfiehlt sich vor Abfahrt zu einem Einsatz und vor der Rückfahrt in Ihrem Betrieb. So können Sie sicherstellen, dass kein Werkzeug vergessen wird. Unter Disposition finden Sie eine Übersicht Ihrer Projekte, Werkzeuge und Fahrzeuge. Drücken Sie in diesem Bereich auf Vollständigkeitsprüfung. Anschließend werden für etwa 15 Sekunden sämtliche Werkzeuge in Ihrer näheren Umgebung gescannt und aufgelistet. Fehlende Werkzeuge werden Ihnen als erstes angezeigt. So erfahren Sie auf Anhieb, dass ein Werkzeug nicht am vorgesehenen Platz ist. Darauf folgen vorhandene Werkzeuge und zuletzt werden Ihnen Ihre Werkzeuge ohne Tracker angezeigt. Werkzeuge, für die Sie verantwortlich sind, werden gelb hervorgehoben. Dadurch können Sie direkt erfassen, welche Werkzeuge für Sie relevant sind. Sehr gut! Sie wissen nun, wie Sie eine Vollständigkeitsprüfung durchführen. So behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre Werkzeuge. Entdecken Sie in den folgenden Tutorials alle weiteren Funktionen der FIGA Tool Services.